Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Die Welt wird immer verrückter, ich sag's ja, aber ich mach dir auch ein Beispiel und tu das erklären. Jetzt gibt's ja das Pokémon Go, verstehst du? Also wenn du jetzt gehst durch die Gegend, dann findest du Sachen, die eigentlich gar nicht da sind. Und die suchst du. Also du suchst Dinge, die es nicht gibt. Alles virtuell, verstehst du? Ja, hier sitzt auch ein Pokémon, kannst du ihn sehen? Hier sitzt er, der Pokémon, mein bester Freund. Wir beschäftigen uns im Leben immer mehr mit Dingen, die es gar nicht gibt. Weißt du was? Das vor 500 Jahren, wenn du da irgendwo draußen im Geländer Gespenster gesehen hast, dann haben sie dir auf einen Scheiterhaufen verbrannt. Da warst du weg. Gut, okay, heute gucken die aufs Handy, laufen über die Straße und werden vom Bus überfahren. Ist im Ergebnis genau dasselbe. Und Bauercorel hat gesagt, nein, jetzt musst du mal kommen, eine Revolution in die ganzen Apps. Ich hab eine App erfunden, wunderbar. Die App, wenn du damit durch die Gegend gehst, dann zeigt dir die App, dass der, der dir entgegenkommt, der in deiner Nähe ist, dass das ein Idiot ist, wenn es ist. Und meine App, die, die, der ist ein Idiot, schon gefunden, kriegst du gleich ein Foto, willst du mal sehen? Pass auf, ich zeig dir das. Hier! Hau rein und piesch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Die App kannst du dir bei mich runterladen, von meinem Handy. Das war unser Held vom Feld. Bauercorels etwas anderer Wochenrückblick. Ich habe kommet, du brauchst es für die Pflegestufe. Du brauchst es für die Pflegestufe.